Ein Herzinfarkt entsteht bei einem akuten Verschluss eines Herzgefäßes. Das heißt, das dahinterliegende Gewebe des Herzens, der Muskel, wird nicht mehr mit Blut und Nährstoffen versorgt. Hält dieser Zustand an, wird dieses Gewebe entsprechend absterben. Das ist der eigentliche Herzinfarkt. Patienten mit einem Herzinfarkt verspüren einen sehr, sehr starken Brustschmerz. Die Betroffenen beklagen einen Panzer auf der Brust, der schlimmstmöglich denkbare Schmerz. Und dieser Schmerz kann dadurch genommen werden, dass dieses Gefäß wieder eröffnet wird, das Gewebe durchblutet wird und der Schmerz verschwindet.